Hallo Leute, im nächsten Kampf bei der ersten offenen südwestdeutschen Meisterschaft stehen sich in der Klasse der Junioren bis 57 Kilogramm, Berkant Karakok vom GBG Wiesbaden und Süleyman Tamer vom TG Worms gegenüber. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Euer Team und Partner der Vereine. Runde 1 Ja! Ja! Jetzt, jetzt, ja! Haare, weiter! Ja, geh an deinen Mann! Ja, geh an deinen Mann! Ja, geh an deinen Mann! Ja, 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 ja! Weiter, weiter! Ja! Der Bär nicht mehr. Der Bär kommt weiter! Der Bär kommt weiter! Der Bär kommt weiter! Dann lass sie besser! Genau so! Weiter! Wer hat? Wer braucht mich? Achten Sie! Aber stell doch zu! ... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja.